Wart mal, willst du bewusst auch noch nicht? Mach du hoch. Na ihr kleinen Ficker, was geht ab? Willkommen zu einer Runde, wie die Kraft, Mindfaker, mit Flo. Ja, guten Tag. Bei mir ist es echt extrem super. Kann man wer bitte ne Fackel machen? Ich bin... Oh, ich spür. Dieses Girlie, was auch immer, das ist das Fackbeschübelst. Ich hab auch gehört, ihr rätselt, ist das ein Typ oder... Das ist sicher so ein Nemo. Junge, bei mir ist... Ein kleiner Stefan, oh. Oh, Junge. Warum hab ich jetzt ne Fackel? Wegen mir, gib mal bitte die. Hm, Walla, hier hast du die. Ist es dir wieder leid? Was denn? Äh, Leute, falls ich Flo irgendwie grad bei mir komisch anhört, ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, warum sich der Nick mit mir immer so komisch anhört. Jetzt bist du wieder zu... Was denn? Stimmt, warte mal ganz kurz. Warte, warte. Ich rede leid. Ich rede leider nie in der gleiche Lautstärke, einmal wieder lauter, einmal leiser. Übrigens, Leute, das muss ich euch mal kurz sagen. Falls euch, falls der Sound von mir eventuell ein bisschen anders ist, ich bearbeite jetzt meine Stimme mit Adobe Audition, Alter. Jetzt fühle ich mich cool, deswegen. Okay. Ja, Mann. So ein richtiger 360-Move. Der geht mir ein bisschen am Arsch. Flo? Ja? Ich glaube, wir müssen den umbringen. Ich hab auch schon drüber nachgedacht. Du bist mein Mann, Alter. Wir denken über dieselbe Scheiße jemanden zu ermorden. Ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir natürlich wieder. Das ist auch gut. Ähm, Flo? Ja? Ich glaub, du müsstest gleich mal für mich ein bisschen kommentieren. Warum? Weil ich will mir Trinken kurz holen. Das ist nicht dein Herz in der Aufnahme. Ja? Sorry, wenn ich Durst habe, du Model. Ich bin kein Model. Ja, du bist auch hässlich. Ich was? Scheiße. Ich kann dich gar nicht dissen. Der gibt ja immer alles zu. Ich kann sagen, der ist dumm. Der sagt, ich weiß. Ist ja auch so. Ja. Okay, Flo? Kommentier für mich weiter. Ich hole mir was zu trinken. Okay, ich kommentier weiter. Natürlich. Das ist kein Problem. Naja. Auf jeden Fall habe ich schon erwähnt, dass der mir so leicht irgendwo am Arsch geht. Also unser toller Mitspieler oder Mitspielerin, man weiß es nicht so genau, blockiert den ganzen Ofen. Na ja. Solange wir beide ein Eisenschwert haben, ist alles okay. Weil ihr wisst ja sowieso, wir sind die Kings. Ne, ich bin der King. Der ist nur irgendwie so ein... Was ist ich, was, ey? Der Hofnarr. Genau nach dem Wort habe ich gesucht. Da ist er übergesagt schon die ganze Zeit wahrscheinlich wieder. Ne, ich habe mir gerade echt was zu trinken geholt. Ich war sogar noch... Ich habe dich gerade als meinen Hofnarr bezeichnet. Ah, okay. Ich war sogar kurz am überlegen, ob ich mir noch was zu essen hole. So eine fette Sache. Ich habe diesen Spruch vermisst. Okay, M. Flug, wir bauen uns am besten weg von dem. Ja, ich will nur mein Eisen noch fertig brennen. Du hast Eisen? Hast du keinem, Flug? Wir sind ja... Ich habe Hölzer. Hast du keinem? Nein. Ernsthaft? Ne, vielleicht M. Wollte schon sagen, ich habe nur sechs Stück. Aber was ist denn mit dem? Was ist... Wir machen gar nichts. Er ist der, der mich aufregt. Warum auch immer. Aber mich regen alle Teammitglieder auf, die nicht Nick hassen. Oh, das ist... Ich weiß es nicht, ob mich das... Ach so, der könnte aber eigentlich auch englisch... sagen. Ist mir scheißegal, Alter. Also... Ja, weiß ich überhaupt den Namen. Könnte das echt ein scheiß Engländer sein? Water. Ja. Walla, was für Wasser? Walla, was für Wasser? Warte mal, warte mal ganz kurz. Für was braucht er Wasser? Oder hast du eine Idee? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Walla weiß nichts. Egal, komm mal mit. Wir holen ab. Wie sieht es, Bruder? Soll der verrecken, dieser Typ. Ja. Scheiß, no hands. Na, ist doch so, ist doch so, ist doch so. Ist echt so, Florian. Du weißt, wie es mir geht. Ja. Okay, hier ist Bedrock. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Bedrock. Wie so eine alte Oma. Bedrock. Wir bauen am besten jetzt in die Richtung. Okay, gut. Siehst du, Walla hat Gold gefunden. Walla kann nichts abwarten. Walla, warte. Walla, hast du Eisen? Ja, hab ich gesehen, diese. Walla, ich brauche eine Werkbank. Ja, nimm diese mit. Ne, das kann ich nicht bringen. Was soll ich? Die Werkbank einfach mitnehmen. Doch, mach. Hat der verdient? Warte mal, du hast jetzt kein Eisen. Ich hab nur acht Stück jetzt, also unverarbeitet natürlich. Okay. Dann kann ich mir ja ein Eisenschwert machen. Junge, warum ist sie überall Bedrock? Ne, das bringt sich. Bringt sich eine Eisenspitze, oder was? Ja, natürlich. Gib dir was der. Ne, du schweiß. Was denn? Was? Ach so, ich hab mich voll erschrocken. Wo baut er, wo baut er? Ich baue ihn zu. Ich baue ihn zu. Geil. Guck, geh weg! Ja, entschuldigung. Jetzt findet er nie wieder raus. Okay, wir bauen jetzt ihn. Jetzt findet er nie wieder raus. Ist ja nicht so, als wenn er das identifizieren könnte. Außer er hat ein Texture Pack. Was sehr unwahrscheinlich ist. Außer er hat ein Texture Pack. Was, ähm... Was, äh... Wo Cleanstone wie Bad... Äh, wie, 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 wie... Äh, äh, äh... Cobblestone aussieht. Das heißt ja eben, dass... Jeder sagt immer noch eh Cobblestone. Wer welcher... Ich hab noch nie einen Menschen gesehen, der sagt Bruchstein dazu. Ja, äh... Ich muss Mike auf Laute machen. Und... Ich... Ich höre Skelette, ne? Cobblestone. Heißt das nicht normalerweise... Pflasterstein? Stimmt. Die werden jahrelang reingelegt. Ich denke auch. Äh, ich... Es wäre schlau. Was denn? Fällt mir jetzt auf deine hässliche Fresse. Auf eine hässliche Fresse? Was ist das so? Ich wusste das jetzt selbst nicht mehr. Ja! Der ist wegen uns gestorben. Scheiße. Zumohne. Zumohne. Weil wir hatten den dazu gebaut. Das war wahrscheinlich beim anderen Team. Ich find das grad so geil. Sneak bitte. Ach du Scheiße, sind mir Arschlöcher. Ich feier das aber grad. Scheiße. Flo? Ja? Kannst du mir bitte ein Schwert machen? Hast du Eisen? Ja. Hör bitte. Jetzt wird das sicher gleich. Röstung. Nee, nee. Ich will nur schnell ein Eisenschwert machen. Für die important Fälle. Vor allem important Fälle. Important Fälle. Oh Mann. Ich seh noch mal den Mund. Ist doch geil. Aber irgendwie tut mir das grad schon ein bisschen leid, den so easy, also den so gedreckt wo wegzulassen. Nee, Leid tun mir das nicht. Der hat der Bastard verdient. Hast recht. Oh, ist das dunkel. Oh, ist das dunkel. Ich warte noch immer auf die Steinrüstung. Wann kommt die eigentlich raus? Was für Steinrüstung bist du behindert? Eine Rüstung als Kabelstone, das wär doch auch geil. Hier ist das explodiert, hast du's gehört? Ja. Oder eine Holzrüstung. Das wär doch voll geil. Holzrüstung würde sogar realistisch werden. Kabelstone Rüstung auch. Nee, Holzrüstung ist sogar möglich. Die ist halt so stark wie die Lederrüstung. Ja. Und die Steinerrüstung so wie Eisen. Okay. In welcher Fantasiewelt lebst du eigentlich? Im MindWrish. Aber wäre cool eigentlich. Wirklich, wäre richtig cool. Ich glaube, ich mach mal. Wo bist denn du? Jetzt ist es unerschön. Ach, hier. Ich denk mal grad, hä? Holy Motherf... Da ist ein Name. Ja. Ich denk mal grad, hä? Schlimmer. Halt dich bereit für die Kampf, das ist der. Oh, nicht die. Wenn wir verlieren, lade ich es trotzdem hoch. Ist ja klar. Ich kenn mich halt gar nicht aus. Wo sind wir überhaupt? Pssst. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss nicht leise sein. Die hören und so. Guck mal. Ich geh verkehrt und du geradeaus ist. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe eine Behinderte befürchtet. Oh, über uns sind drei. Glaube ich. Ich habe gerade drei gesehen. Ja. Aber das ist ein Gelber auch dabei, oder? Bei uns ist es ein Raum. Ich würde sagen. Ja, hört doch mal auf zu schießen. Ich würde sagen, holen wir eine Leiter. Ich würde sagen, wir verziehen uns. Ja. Du riechst dich auf. Ich habe gar nicht nachgezeichnet. Ich habe gar nicht nachgezeichnet. Nein, schon wieder B-Druck. Egal, komm, wir gehen zu. Du hast sogar B-Druck gesagt. Ja, B-Druck. Ja, hi. Boah, ich dachte, das ist wirklich einer da. Oh, Mann. Wow. Da ist er eh sein Wasser. Was will er? Wer ist er warte? Wolle, was ist er warte? Und er wahrscheinlich. I don't need any more. Sneak weiter, ey. Scheiße, ich komme nicht weiter. Ich komme da nicht hin. Das geht nicht. Das ist Irs. Irs? Hä? Hä? Das Name. Wie dumm der einfach war. Der macht sich einfach mal einen Eimer und sucht Wasser. Genauso wie wenn du in der Sahara bist und du fragst jemanden, der dir über den Weg läuft, gibt es hier irgendwo Wasser? Gibt es hier irgendwo? Die in der Sahara fragen und gibt es hier Sand. Na gut, aber es gibt auch eine Eiserhaare. Ja. Das wäre dann eine berechtigte Frage. Was? Oh, schwimmt das sind die, ne? Scheiße, was? Guck mal so, die sind dann hier, ne? Weil sie sind hier. Oh, fuck die. Wieso tauche ich eigentlich so langsam? So, die ficken wir uns. Die ficken mich. Ah ja, wirklich. Waller, ich bin tot. Äh. Ich auch. Naja. Leute. Egal. Äh, er lädt, lädt, genau. Er lädt das Ankertuch. Aber bei mir gibt es jetzt noch eine, bei mir gibt es jetzt noch eine Runde hinterher. Ja, bei mir nicht. Ihr könnt Chancen gehen. Und ja, dann danke fürs Zusehen. Ich habe bei dem komischen Rearzzorne da vorbei. Und ja, dann, achso, das sage ich jetzt neu. Neu. Habt ihr wahrscheinlich schon gehört, aber neu. Ich sage das jetzt nach jedem Video. Ich könnte ja sagen, bewerten nicht vergessen. Aber da ich das bei uns ausgestellt habe. Kommentieren nicht vergessen. Kommentieren nicht vergessen. Ja, die Kommentare sind bei uns die Bewertung. Und da sowieso keiner kommentiert. Also schätze ich mal, dass keiner Einwände hat. Das heißt, wir sind perfekte YouTuber. Gut, dann danke fürs Zusehen. Und ciao Leute.